Pass auf, jetzt aber eine wirklich tolle neue Nummer von Thomas. In den 80ern war er, wie wir gehört haben, eben auf Gran Canaria, um hier ausschließlich Urlaub zu machen. Wir reden auch gleich noch weiter. Heute darf er ein bisschen arbeiten. Und es ist immer wieder ein Geschenk für uns, wenn Thomas Anders im Fernsehgarten auftritt. Lunedix, so heißt der Titel, hier ist er. Thomas Anders. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018